Ich sag ja, alles gehört zusammen, meine Damen und Herren, wunderbar, die Liebe trinkt in die Hölle vor. Das neue Jahr wird uns so viel Neues, Schönes bringen und das, meine Damen und Herren, der Krampuslauf mit einem Heiratsanstag, das sind nur die Vorboden dafür. Die Fälle stammen hier übrigens von Koch und von Krampus Shop in Kraten. Und da haben wir wieder einen Auftrager, einen alten Benzinbruder, späte 70er, Anfang 80er. Auftragen, die Orgel bitte ordentlich Gas geben, Creatures of Hell, was ist los? Richtig Gas geben, jetzt sind wir, was ist das? Das, meine Damen und Herren, ist der älteste Teilnehmer, der ist schon an den Rollator geboten, aber er hat sich mit einem Dieselnotor aufregiert und da geht es noch vor 100 Jahren. Wenn Sie in Ihrer Verwandtschaft Bekannte haben... Entschuldigung, meine Damen und Herren, der Rollator ist mit einem Benzinmotor, mit dem nicht mit einem Dieselnotor... Entschuldigung, weg jetzt! Wirklich, ich habe einen Schlag von denen, komm her! Dieseln, ist ja leckerlich! Über Elektro-Bug!